Hihi! Top! Gut, dann werde ich mich hier noch ein bisschen aufhalten. Einfach nur damit die Viecher noch ein bisschen spawnen. Und das knallen wir jetzt weg. Da will ich noch ein paar Kisten in haben. Ja, ja. So, die XP-Farm funktioniert. Es ist sehr schön. Ja, bei den anderen zwei Aufnahmen versuchen. Das erste, da habe ich mich am Anfang schon total verhaspelt. Und beim zweiten habe ich mittendrin so viel Bullshit gelabert. Also jetzt, ich meine, ja klar, bei mir ist es normal. Aber das war wirklich extrem. So. Normalerweise rede ich ja wirklich nur Schwachsinn. Aber bei dem habe ich... Also, ne. Das konnte ich euch nicht antun, ganz ehrlich. Das war nicht schön. Juhu! Hahaha! Ist das geil! Oh, guck mal, hier ein Bogen. Ist das geil! Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es geil. Ja, leider geil. Gut. Hätten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur die XP-Farm fertig kriegen und dann im Prinzip aufhören. Aber im Moment... Wie gesagt, heute ist Montag. Für mich auf jeden Fall. Was machen wir da? Sollen wir da noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Könnte mir im Prinzip auch zu machen. Achso, hier können wir noch... Ne, so net. So. Noch zwei Stiefchen hinmachen. Genau. Ja, da muss ich mir wirklich noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich das auch unterirdisch. Oh. Dass hier ne Kiste ist... Ne, hier keine Kiste ist, sondern, dass die Hopper da unten hingehen und dann hier die Kisten befüllen. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, gut. Wenn ich da ne Trap-Chest hinmache, müsste es ja gehen. Ja. Mache ich hier zwei Kisten hin. Die normale und ne Trap-Chest. Ja. Doch, müsste hinhauen. Hinhauen! Wüsste das. Ja, dann brauche ich bloß ein... Obwohl, da unten könnte ich ja so ein Wasserbad machen. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, es läuft aber wunderbar... Richtig schnieke. So, gut. Ähm... Ja, ich könnte mich jetzt hier noch ein bisschen aufhalten. Einfach nur ein paar XP zu sammeln. Da, 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 da. Ja, ist doch schön. Haben wir unsere erste XP-Farm. Mit einem Skelettspawner. Finde ich auch ganz, ganz praktisch, dass es ein Skelettspawner ist. Und kein, ähm... Ähm... Na? Das lassen wir erstmal so. Kein, ähm... Oh, Zombiespawner, genau. Das wollte ich. Ja. Weil, was willst du, was willst du mit, ähm... Rottenflash machen? Also, im Moment gibt's ja da noch keine Möglichkeit für... Oh, guck mal hier, Gold. Ach ja, das war das Gold, was da... Genau. Mhm. Habe ich ja das letzte Mal schön übersehen. Achso, äh, da brauche ich eine Eisenspitzhacke. Ja, super. Äh... Machen wir hier zu. Ich meine, ausgeleuchtet ist es ja. Ja, komm, machen wir hier zu. So. Hier noch eine Fackel hin und da noch eine Fackel. So, und die mobben wir jetzt noch um. Ah, ist doch top. Willst du mehr? Und wir kriegen Pfeile. Schön, schön, schön. Ah, ist das toll. Da freue ich mich. Ja, äh, pff. Puh, nächstes Projekt wird dann sein, ähm... Erstmal nach Hause kommen. Wird's hell oder dunkel? Es wird hell. Sehr schön. Warte ich noch einen Augenblick. Oder? Ich meine, hier dürfte ja nichts gespawnt sein. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war ja weit genug unten. Hm. Da muss ich mal gucken. Ah, komm. Geronimo! Na, dann sollst du auch schon rennen. Hier ist nix. Wow. Aber die Monster sind ja an. Haben wir ja eben gesehen. Naja, gut. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja, hier. Wegen dem... komischen Kühlschrank da. Machen wir jetzt was anderes. Ähm, ja, gut. Ich bin jetzt einfach mal so verschwenderisch. Machen wir einen Eisenblock. Und eine Eisentür. Demnächst wird es ja dann auch die Eisenfarm geben. Äh... Einen Knopf. Knopf. Als fand ich der Scheiß wieder an. Hier, Knopf. Ah, hier haben wir sogar noch einen Knopf. Gut. Ein Knopf. Ein Knopfli. Ähm... Hehe. Ich muss erst mal mein Inventar wieder aufräumen. Ach ja. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. No. Das da rein. Ja, komm. Tu mir dich auch mal da rein. Ja, das kommt noch da rein. Ja, kommen die auch noch. Die sowieso... Drei Schilder. Boah, von der ganzen Aktion sind nur drei Schilder übrig geblieben. Wahnsinn. Wo hab ich denn die jetzt her? Wo hab ich eigentlich Loot? Achso, hier. Genau. Ähm... Pfeiler? Ah ja, gut. Gut, gut, gut. So. Weil der ist mir schon eine ganze Zeit mit einem Dorn im Auge. So. Äh... Professionell mit der Spitzhacke. Ja. Zack. Und den Eisenblock oben drauf. Zack. Genau. Dann die Tür. Dahin. Ja, ist doch schick. Hä? Achso. Genau. So. Haha. Schön. So, passt. Wunderbar. Hm. Ah ja, gut. Müsste ja gehen. Äh, dann kommt der Wallblock hier hin. Ja. Oh, das könnte auch eine Gefrierdrohe sein. Keine Ahnung. So. Die kommen noch da rein. Ansonsten... Werde ich jetzt mal gucken, dass ich nochmal kurz ins Dorf latsche. Und dann... Einen Villager spawnen lasse. Also ich mach das wirklich bloß mit einem. Es waren ja vorher irgendwie vier oder fünf. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich will jetzt auch nicht extra nochmal die Videos durchgucken, um genau rauszufinden, wie viele das waren. Ich meine, ist jetzt natürlich Pech für mich. Aber... In... Ah, ich wollte schon sagen. Es war jetzt... Ist jetzt gar keiner mehr da, oder wie? Oder wat? So. Einmal ob... Ne. Einmal im LAN öffnen. Cheats erlauben. LAN will starten. So. Und dann gibt's den Befehl... Game... Mode 1. So. Sehr schön. Einmal E gedrückt. Äh... Hier. Bist du das? Dorf-Wohner. Genau. So. Und... Damit du auch gleich mal richtig spawnst. Hier. So. Halt. Hä? Okay. So, du kommst wieder weg. So. Also halt. Muss ja erstmal umswitchen. Bist du bescheuert, oder was? Meine Fresse. Muss man alles kindersicher machen, oder wat? So. Option. Ne. Hallo? Achso. Äh... Ja. Okay. Also ihr seht, ne? Hier. Der... Willischer hat jetzt gespawnt. Einer von den beiden. Einer. Wo ist der zweite? Hallo? Ne. Hier ist einer. Wo ist der zweite jetzt hin? Ey. Bin ich jetzt bescheuert? Ich glaube, das gibt's doch jetzt gar nicht, oder? Ach, hier ist er. Ja, super. Hallo, ihr sollt euch vermehren. Äh, äh... 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 Das ist ja cool. Ich hab das schon erkannt. Gut. Äh... Kann man den eigentlich anleihen? Ich glaub nicht, ne? Ah, ja. Ah, ja. Egal. Au. Ja. Das war jetzt natürlich sehr intelligent. Gut. Ja. Dann werde ich hier mal irgendwie so AFK rumsitzen und warten, bis die sich vermehrt haben. Ne. Ja, doch. Muss ich ja. Ich brauch ja ein paar Villager. Äh... Für die Eisengolemfarben brauch ich ja ein paar. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Ab der 1.8 soll das dann nicht mehr funktionieren können. Äh... Ärgert mich jetzt auch schon ein bisschen. Ob sich das dann überhaupt rentiert? Wenn nicht, bleiben wir auf der 1.7. Werd' ich. Hm. So, aber ich mach jetzt hier erstmal die Tür weg. Genauso wie hier. Damit die Villagers sich da... ...treffen können. Hehe. So, komm mal her. Sollst hier rein. Da rein. Na also. Sehr schön. So. Ah, siehste. Die wollen sich schon vermehren. Oh, jetzt machen wir ein bisschen... Ah, einer. Okay. Da hat schon einer gespawnt. Krass. Das geht ja ratzfatz. Aber warum kam der da jetzt raus? Das geht nicht raus. Okay. Ah, nee. Das geht nicht. Jetzt wird das Haus nicht mehr erkannt. Ah, ja. Solange die spawnen, ist er okay. Schön, schön. Nee, das ist die falsche Tür. Oh. Falsche Tür gewesen. Ah. Jetzt kommen wir in die Tür mal noch hier rein. Ja. Gut. In dem Sinne, das war jetzt wirklich eine kurze Aufnahme-Session. Ähm. Ja, es sollte aber ausreichen jetzt erst einmal. Ich werde dann das nächste Mal wieder ein bisschen länger machen. Und auch ein bisschen ausgiebiger. Und, ja. Wo wir dann das nächste Mal weitermachen, weiß ich noch nicht. Werde ich mir jetzt doch überlegen. Das scheint wirklich ein Problem zu sein hier mit dem Boden und generell mit irgendwelchen Mobs. Dass die sich hier durch den Boden backen. Naja. Das langste Spawn ist doch wunderbar. Wo ist eine andere große? Äh, wo ist eine andere große? Ah. Da ist er jetzt. Aber warum die dauern wieder rein und raus rennen? Keine Ahnung. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, brauchen wir das nächste Mal wieder im Dorf weiter, damit die auch schön spawnen können. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr oft. Aber das liegt so in meiner Natur. Damit mich auch die Leute verstehen. Oder auch nicht. Ja. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, warte mal, heute müssen wir... Instagram, genau. Ne, Quatsch. Mittwoch. Schönen Mittwoch noch. Gehabt euch wohl. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Weil... Strategisch rausger�